Musik Ja gut, nahm deinerseits bei 20 Years on MTV Folge 1, der vierten Staffel, das Jahr 1981. Und Herrschaften, ihr seht es schon, um mich herum tut sich Sensationelles. Habe ich zu viel versprochen, ein Killer-Set. Ich darf da mal kurz ein bisschen drüber referieren. Wir sehen zunächst diesen von mir persönlich verlegten Kirschholz-Parkettboden. Das mache ich ganz gerne, Parkett verlegen. Und dann diese Wand hier hinter mir, das sind Monitore. Auf diese Monitore ist über einen Beamer ein Loop projiziert. Und diese Monitore bestehen nicht nur aus dem Monitor selbst, sondern aus einer Vergrößerungsscheibe, die davor montiert ist. Und ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, wenn ihr, sagen wir mal, in den späten 60ern geboren seid, eure Oma hatte, weil ihr Fernseher so klein war, eine Vergrößerungsscheibe davor. Dann konnte man zum Beispiel bei einem Tennisspiel den Ball besser sehen. Und meine Tante Mitzi hatte auch so ein Ding. Und da haben wir immer schabernackt getrieben, indem wir diese Vergrößerungsscheibe abmontiert haben vom Fernseher und uns war die Fresse gehalten haben. Das sah dann immer total ulkig aus. Unser Set. Ich habe mir überlegt, hier einzuziehen. Hier ist es schöner als bei mir zu Hause. Noch ein Bettchen dahin. La 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 la. Ach, geht's mir gut im neuen Set. Aber ihr wollt Videos sehen, ne? Das ist ja auch Programm von 20 Years on Man TV, nach wie vor. Und wir wollen beginnen mit einem Mann, der ist immer noch unter uns, musiziert noch und hat auch 1981 schon einen wahnsinnigen Hit abgeliefert. Und zu dem Zeitpunkt war er auch schon viele, viele Jahre Musiker, zum Beispiel in der Band Genesis. Ihr wisst schon, wen ich meine, Phil Collins. In the Air Tonight, ein Riesensmasher. Der Song geht übrigens um einen Mann, der ertrinkt. Und einen anderen Mann, der dabei zusieht und ihm nicht hilft. Und man munkelte, dass dieses Lied den Zustand von Phil Collins widerspiegelte, weil sich seine Frau gerade von ihm getrennt hat damals. Phil Collins, In the Air Tonight, aus dem neuen Set, in eure Wohnstuben. Wow. So, hier mal gerade eine unserer crazy Vergrößerungsscheiben in Nahaufnahme. Das haben sie sich verdient. Was wir gerade gesehen haben, waren die Rolling Stones mit Start Me Up vom 81er-Album Tattoo You. Und wenn man so will, dann waren die Stones 81 ja auch schon eine Oldie-Band, weil sie hatten ihren ersten Auftritt 1962 im Londoner Marquis Club. Tattoo You, eine äußerst erfolgreiche Platte, begleitet von einer sehr erfolgreichen Tour. Und über diese Tour wurde von Hal Ashby ein Konzertfilm gedreht, der hieß Let's Spend The Night Together. Und wer ist Hal Ashby? Richtig. Der Regisseur von Held & Maud. Den hat er zehn Jahre vorher gedreht. Er kannte sich also aus mit alten Menschen. Ja. Kleine Pause. Und danach sind wir wieder in unserem brandneuen Smasher-Set. Das waren Queen und David Bowie mit Under Pressure. Und hierher schaffen sie das Set mal in seiner ganzen Pracht. Es geht ungefähr noch 20 Meter weiter da hinten. So kompliziert sind die Apparaturen hinter dieser Videoleinwand. Wahnsinn. Das sind neue Dimensionen im privaten Musikfernsehen. Jetzt geht's weiter mit Duran Duran. Spitzenband. Und ich weiß noch, dass 1981 alle Mädchen auf die Jungs standen. Insbesondere auf Simon Le Bon, den Sänger. Davon war ich weit entfernt. Ich war 14 1981 und da hat mir der Bimperlsep gerade beigebracht, wie man Bulldog fährt. Vom Mädchen wusste ich gar nichts. Wer ist der Bimperlsep? Er ist ein Bauer in Manching. Was ist ein Bulldog? Ein Traktor. Genau. So, dann kommen jetzt Duran Duran mit Girls on Film und dieses Video ist eine Rarität und es darf nicht überall auf der Welt gezeigt werden. In England schon gar nicht. Warum? Weil nackte Weiber da drin sind. Was machen die? Sich auf die Fresse hauen. Und bitteschön. Das war John Lennon mit der Plastic Ono Band und Give Peace a Chance. Ein Song, der nie an Aktualität verliert. Jetzt geht's weiter mit Depeche Mode. Eine meiner Lieblingsbands für alle Zeiten. Das sage ich jedes Mal, aber ich muss es jedes Mal sagen. Weil es von Herzen kommt. 1981 erschien ihr Debütalbum Speak and Spell und die dritte Single daraus, Just Can't Get Enough, war der erste Top Ten Hit für Depeche Mode in England. In dieser Zeit hatten Depeche Mode ja noch eine andere Besetzung. Chef war Vince Clark. Aber der stieg nach dem ersten Album aus und hat dann ja bekanntlicherweise Yasu gegründet. Aber hier die Jungs in voller Besetzung. Elektropop, der so elegant, charmant und zeitlos ist, dass ich mich jetzt für den Schnitzel freue, euch dieses Video präsentieren zu können. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Das war ein ELO, das Electric Light Orchestra vom 81er Album Time mit Hold On Tight. Herrschaften, diese Einstellung, die ihr gerade seht, ist der Grund, warum mich neun von zehn Leuten, die mich auf der Straße erkennen, mit dem Satz ansprechen, im Fernsehen siehst du aber größer aus. Untersichtig, das ist der Trick. Hier steht ein Mann, 1,70 groß, jetzt sieht er aus wie zwei Meter. Und jetzt wird das Ganze wieder zurechtgerückt. Fucking crazy, isn't it? Wir kommen zu einer Trimm-Dich-Nummer. Olivia Newton-John, kennt ihr die noch? Anfang der 80er, der Höhepunkt der Aerobic-Welle. Jane Fonda ist rumgeturnt bis zum Herzkasperl. Und Olivia Newton-John hat sich da eingereiht. Auf ihrem Plattencover hatte sie das übliche Outfit an. Ein Stirnband, sie war natürlich schweißüberströmend, einen ganz schlechten Body, dann so, wie heißen diese Dinger, Leggings, genau, und ganz wichtig, Stulpen. Dann haben die Füße so eine leichte Krautstampferoptik bekommen. Was ja dem überhaupt nicht der Fall war, weil man hat ja Aerobic gemacht und war schlank und rank. Und jetzt, liebe Kinder zu Hause, bitte ich euch, die Möbel zur Seite zu rücken und let's get physical. Kann euch nicht schaden. Das war einer der besten Elektropop-Songs aller Zeiten. Human League mit Don't You Want Me. Human League, eine Band aus Sheffield, 77 gegründet. Dann haben sie zwei Platten gemacht, dann stiegen zwei Leute wieder aus. Die haben dann ihrerseits Heaven 70 gegründet. Auch ganz fabelhafte Kombo. Und diese Nummer, Don't You Want Me, die war zu finden auf dem 81er-Album Der von Human League und hat ihn in Nummer 1 beschert, sowohl in England als auch in Amerika. So, Herrschaften, das war's im Großen und Ganzen mit Folge 1 der vierten Staffel von 20 Years on MTV, dem Jahr 1981. Eine kleine Parallele zwischen dem vorher erwähnten Bimperlsepp aus Manching und unserem neuen Set fällt mir noch ein. Nämlich, also Bimperlsepp, wahnsinnig lieber Mann, aber er hat unglaublich schlecht gesehen. Und deswegen hatte er so eine Hornbrille in so Glasbaustein-Schnapsglasel-Optik. Und da sind wir wieder bei den Vergrößerungsschirmchen in unserem neuen Superset. Ja, und ich freue mich schon, wenn ich euch nächste Woche das Jahr 1982 der vierten Staffel präsentieren darf. Bleibt mir gewogen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.